Ich flehe dich an. Lass das sein. Bitte. Mach das nicht. Nein. Bitte. Nicht machen. Bitte. Ich, ich. Es gibt ja alles, was ich habe. Aber wie viel hast du denn? Ich habe 486 Dollar. Ja, ich gebe schnell rüber. Ja, ich gebe schnell rüber. Nein, mir ist echt schlecht. Ja? Ja, ich spüre gerade Wasser geront. Ach so. Oh, das war jetzt aber gefährlich war das jetzt. Muss ich ja schon fast kotzen. Es muss ich mitkommen. Ich habe mir die Hose gepinkelt. Was? Nein, dann zieht ihr die Hose aus. Nimm hinten die Papiertücher. Das muss ich denn jetzt schon wieder da oben machen. Guck mal, du hast ja so was schlappen. Ja, warte. So, kannst du bereiben? Fester. Besser? Ja. Okay. Ansonsten kannst du die Hose auch ausziehen. Ich hatte die doch gerade schon aus. Ach so. Ja, wenn du die reinigen willst. Ich habe auch einen Wuppenbrücher. Frag mich mal. Ich war verheiratet. Mit Ilse. Ja, die war ganz schön fett. 300 Kilo. Fast. So. Wenn du der an... Opa. Mhm. Wenn du der Ilse, ne? Wenn du so mit dir aktiv warst, dann, ne? Opa. Ja. Und du wolltest ja zum Beispiel, das macht man ja ab und zu so an der Brust, ne? Ne? Schlabern, ja. Musst du dich dafür hinknien? Mehrmals. So. Gerrit? Ja? Wir müssen jetzt den Balken aus der Auto holen. Komm. Ja, ich habe den am Schoß. Ich halte den hier. Der ist hinter den Sitzen. Ich weiß nicht, was du da gerade für einen Balken hältst, aber der in deinem Schoß ist der falsche Balken. Das war der falsche. Ja. Und dann noch Potenzprobleme dabei, ne? Ja. Fettsucht. Fettsucht. Opa. Ja? Siehst du eigentlich deinen Pillemann noch, wenn du pinkelst? Kommt drauf an, wie schlappt der hängt. Manchmal hängt der so, schlappt der schon fast nach innen hängt. Boah. Wir machen nicht mehr so ekelhafte Geräusche. Nein, 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 nein. Wir machen nicht so ekelhafte Geräusche. Geh weg. Hallo? Hallo? Ja? Was wollen Sie? Ich habe gehört. Das ist den Helmut. Und Helmut, das ist den Yerrit. Der ist, wer ist das? Der ist schon fast tot. Doktor Schmoker. So. Kommen Sie. So. Sind Sie bereit? Bin bereit. Okay. Forti, wie geht's dir? Sie wollen Praktikum machen. Finde ich gut. Was? Wir haben Praktikum bei der Polizei. Nee, kein Praktikum, Poliz. Nein, nein. Will ich nicht. Nein. Da krieg ich Arsch aufgerissen. Ja, aber, äh, das ist... Nein. Da kamen Sie schon nach Fragen. Das war ja nicht bei der Runde damals. Nein. Wenn Sie das machen, dann rede ich nie mehr mit Ihnen. Das heißt, ich muss auch nicht diese Reinigung machen. Ja, machen Sie, was Sie wollen. Ist mir egal. Sie ist ein Doktor. Ajo. Denny. Bist du gerade gekommen? Sag es bitte noch mal. Ich muss mal hoch. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Zähl mal vor, jetzt mal wirklich. Denny ist ja eine Frau. Entschuldigung, ich werde dich auch so reden. Was für eine Aufgabe. Ja, aber was denn? Du machst mich dauernd deswegen doof an, weil ich so Wörter benutze. Das tut mir leid, ich bin da so aufgewachsen. Sie ist voll geholt. Kann ich da nix für. Weißt du? Ich will mal kurz aufhören. Okay. Ja. Du kannst die Wörter benutzen, aber du musst uns erklären. Das ist ja dann kein Problem, wenn du nicht bist. Ja, das ist auch so. Aber das gehört mir doch nicht für. Du musst dir irgendwas hässliches an die Wand hängen, was du immer anguckst. Das hilft wirklich, ohne Scheiß. Irgendwas hässliches an die Wand hängen. Bild von der Schwiegerbutter oder sowas. Ja. Von Personen, die du gar nicht magst. Von deinem Chef oder so. Ne? Ja. Wenn die Frau dich dann fragt, was hängt denn dein Chef hier bei uns im Schlafzimmer? Dann sagt sie, ja. Sei doch zufrieden, dass es so ist. Halt dich länger durch. Du musst ehrlich sein mit deiner Frau. Quality, Dankeschön für vier Monate. Vielen, vielen Dank. Für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Von Gerrit geht auch klar. Im Schlafzimmer, von mir ein Bild. Ja, dann habt ihr aber nicht, ihr Männer, das Problem, dass ihr länger durchhaltet, sondern ihr habt das Problem mit euren Frauen, dass die zu schnell kommen. Schon mal überlegt? Hä? Ja. Ach, ich bin ein Schienbein getreten. Ich bin ein Schienbein getreten. Ja. Ja. Ach, ja. Armes Ding. Aua. Rotze. Autsch. Was machen wir am Samstag? Ein Talentshow. Was ist das? Eine Talentshow. Wo wir den Jury sind und nach Talents ausgucken. Also. Show, halte. Kannst du vielleicht mal aufhören zu wippen? Nein. 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 Ey, könntest du aufhören, einfach zu atmen? Ja, warte. Oh boy. Du solltest wieder atmen. Passen Sie auf. Kommen Sie mal her. So, bleiben Sie mal stehen. Ja. So. Schließen Sie Ihre Augen. Ja. Hören Sie nur auf meine Stimme. Warten wir gerade wählen, der Psychiatrist. Hören Sie auf die Reden. Hören Sie mich zu. Schließen Sie die Augen. Ja. Hören Sie zu, ja. Jetzt hören Sie nur auf meine Stimme. Hören Sie mich zu, ja. Der Hohepriester. Der Alten Arzt Talekken. Abstammung der Inkos. Werde jetzt Dinge in Sie führen. Hinein stecken. Ich strecke jetzt meinen Finger aus. Ganz langsam. Spüren Sie meinen Finger an Ihrem Bauchnabel. Ja, das richtig. Ja, seid Sie ruhig. Reden Sie nicht. Jetzt. Ah. Da ist es. Da ist das Negative. Warten Sie. Bleiben Sie so. Das ist ein Fussel. Haben Sie gerade gestöhnt? Nein. Bleiben Sie ruhig nichts reden. Oh, da. Nein. Ich pack's. Warten Sie. Da. Oh. So. Ich hab Ihnen das Karma entzogen. Das schlechte Karma. Und die Vorsitzende aus dem Bauchnabel. Ja, da sollten Sie sich mal richtig waschen. Ja. So, und das passen Sie auf, Herr Doktor. Das zweite Ritual, das ist eigentlich das Wichtigste. Sonst geht das erste gar nicht auf. Das zweite ist Ritual. Sie müssen Feuer gereinigt. Im Potent. Im Potent. Äh, vielleicht solltest du mal irgendwie so ein Ärzten gehen. Vielleicht haben sie sagen, wie ein Pilchen für dich. Im Potent ist ein Fremdwort. Wusstest du das, Opa? Ja. Ja, ich auch. Ja. Ich, ich, werde Hotel gehen, Opa. Okay. Ja. Schlaf gut. Tschö. Danke, ich schließe mich. Nicht mehr vor, zum Strand bade. Uwe, kann ich doch schwimmen, oder? Weiß es nicht. Weißen, kommt da weg. Warte mal. Oh. So, jetzt habe ich den auch. Mal gucken, der schwimmt bestimmt. Hey, ich hänge am Bronto. Was? Was? Guck mal. Du kannst dich da reinfallen in die Tiere. Ja. Was ist das? Ich bin nirgend Ausdauer. Wow. Oh, ich muss hoch. Ich habe... Woher? Oh, ich sterbe. Du sperrst. Da kommt doch der Uso schon angeschwommen. Oh. Oh, der. Hase und Mausi. Gefähr. Hotze! Kannst du nicht reden? Wieder da. Ja, wie geht? Wie geht? Ich rede schon die ganze Zeit mit dir. Ja, was? Hier stehen ja jetzt zwei Gorillas. Ja, ja. Ja. Wie heißen die denn? Hubert. Kaum. Ich.